Das ist Carolina C., 19 Jahre jung und angehende Mist-Tuning. Beim Finale am Wochenende auf der Tuning World will sie beweisen, dass auch Frauen Ahnung von Autos haben. Dabei hat Carolina schon einige Erfahrungen im Missengeschäft sammeln können, denn sie war auch schon bei der Wahl zur Miss Oberschwaben dabei. Deshalb weiß Carolina auch, die richtige Vorbereitung ist alles. Ich werde mich durchs Tanzen vorbereiten und ich werde mich auf jeden Fall ein bisschen mehr mit Autos beschäftigen, damit ich auch weiß, was dann so da aktuell ist. Doch zunächst geht es nochmal auf den Laufsteg. Carolina hat sich bei einem Casting in der Laubheimer Tanzschule Move Club für das Finale qualifiziert. Die Entscheidung fiel der Jury recht leicht. Wir haben uns für Carolina entschieden, weil hier einfach das Gesamtpaket gepasst hat. Als Tänzerin hat sie natürlich ein unheimlich gutes Körpergefühl. Das Laufen hat gepasst, die Ausstrahlung hat gepasst und sie ist auch so ganz nett anzuschauen. Und wir glauben hier einfach die richtige Wahl getroffen zu haben. Beim Casting überzeugte Carolina dann vor allem durch ihre natürliche und frische Art. Ich bin hierher gekommen, ich habe eine Nummer bekommen, ich musste ein Formular ausfüllen und dann bin ich vor die Jury getreten, die haben mich begrüßt und dann haben sie mich zum Fotoshooting geschickt und dann musste ich da kurz posen. Dann bin ich zurück zur Jury und die haben mit mir ein kleines Interview gemacht und dann musste ich nochmal kurz laufen und das war's dann. Und dass Carolina gut laufen kann, beweist sie jedes Mal aufs Neue. Obwohl sie für den Laufsteg etwas zu klein ist, rechnet ihr Coach ihr dennoch gute Chancen aus. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass Carolina hier den Weg als Model einschlägt. Allerdings muss man da auch fairerweise sagen, für die großen Laufstege wird es nicht reichen, dafür ist Carolina zu klein, aber für eine Karriere als Fotomodell ist sie durchaus geeignet. Carolina ist auf jeden Fall fest entschlossen, das Finale zu gewinnen und sie können ihr dabei zuschauen am Sonntag auf der Messe Tuning World in Friedrichshafen.